Machen Dreier, Machen Dreier Mach Und sie sagt I wish that I could be like the cool kids Cause all the cool kids, they seem to be in Hallöche meine lieben Jungs und ganz herzlich willkommen zu Einer neuen Folge von mir, äh wieder mal zu einem neuen Video von mir Und zwar möchte ich heute euch einfach mal ein Spiel präsentieren Free to play ist es, es ist gratis auf Steam down zu lohnen Und zwar nennt es sich Freestyle 2 Street Basketball Und, ähm, wie gesagt, es gibt es gratis zum Download auf Steam Und, ähm, naja, es ist ein Street Basketball Game Was eher so auf Multiplayer oder Online basiert Man, äh, kann vieles auf dem Multiplayer halt spielen Oder auch gegen Computer und so Aber, dieses Spiel möchte ich euch einfach mal ein bisschen näher bringen Weil es ist noch richtig nice, ist eigentlich chillig Und, ähm, ja, ich würde sagen Wir beginnen mal mit meinem Charakter hier Weil das ER am Schluss nicht mehr Platz hatte Muss ich halt ein A daraus machen Okay, zum Spiel Und zwar Rookie Channel 2 Ich hoffe euch, äh, fuck's nicht ab Ich kau' grad'n Kaugummi Und, ähm, ich hoffe nicht, dass es euch als zu krass abfuckt Wenn ja, schreibt's in die Kommentare Und dann, äh, ja Okay Wir sehen hier zwei andere Multiplayer-Spieler Die mit mir im Team sind Man sieht grad momentan, äh Dass die Ja Aber das leben, hier Okay, ich klick mal Ready Short, oder? Okay Okay, das Spiel beginnt gleich Okay, und wir werden jetzt dann gegen ein Team spielen Welches auch, äh, drei verschiedene Multiplayer-Spieler beinhaltet Das heißt, so drei gegen drei halt Und, ja Ich suchte das Spiel schon Einfach eine gewisse Zeit So, genau, 16 Stunden Spieldauer oder so, hab' ich Und, ähm, ja Jetzt sehen wir Unser Team links gegen das Team rechts Und, ja Ach, da steht, ich bin Best Player Also, das ist jetzt grad die erste Runde, die ich spiele Da ist noch Nix vorher gespielt Und, ähm Ja, das heißt, ich muss auch mal erst ein bisschen Mal reinkommen ins Spielgefuhle Okay Ja, ich glaub' Diese Lobby wird nix, ey Ist man nicht mehr so richtig Ja, guck das an Wenn die Menschen mal so Coole Internetverblendungen haben Aber wo kann ich denn danken? Echt ab Hier schon, yo Okay, ich versuch's mal ab der Linie hier Aber ich denke nicht, dass das geht Nein Aber versenkt immerhin Immer pass, immer pass, immer pass Immer pass Suche gegnerisches Team Boom So mach' ich übrigens auch die Dunks Nix Komm' Alter, wir hatten hier die beste Connection Okay, geht doch Ja Sieht schon besser aus Okay, zuck' Zuck' Und zack, zack Alle schon auf 100% Okay Wir sehen, die haben Zwei Spieler, die Drei-Punkte-Werfer sind Und noch einen Center Center, ja Und, äh, ja Ich spiele, glaub' Als, äh Was weiß ich PF Ich hab keine Press Forward Nee Okay Okay, komm Das ist halt Street Basketball Da wird, äh Auf einen Korb gespielt Und ich hoffe, ich versau jetzt nicht den Jumpball Ja So viel dazu, ne Und der macht den rein Ja, pfff Besser kann das Spiel gar nicht beginnen Wenn das Mädchen mal abgeben würde Könnten wir ja irgendwie versuchen Unnull, unnull, bruh Äh, homie, du musst zuerst mal Ne, du verstehst Man rennt einfach noch ganz raus, ne Ist nicht dein Ernst Alter, was soll die Scheiße Komm, Mann Was soll das, guys Will du fucking pass me Ey, diese Bitch, ne Diese Bitch Ja, Mann So weggeblockt Komm Würdest du mal Pass spielen Du triffst sowieso nicht Atulia Atulia Es ist so schlimm mit solchen Leuten Ne, Mann Guck, wir haben noch keinen Punkt gemacht Und der werft ihn rein Würdest du zurückspielen Bitte Sie macht alles alleine Okay So viel dazu Wenn's jetzt nicht passt Geht, ne Ich raste aus, Alter Eeeh, oh Ich kann das doch Ich Uhrensohn Uhrensohn Richtige Fotze Ne, Mann Wie kann man nur Das ist doch scheiße, Mann Richtig auf Eigenbrettler machen Und da will make it So macht man das Drive by Und dann noch danken Und der macht ihn rein Ja Ich wusste, der macht ihn rein Auf dieser Position ist es auch übel Eeeh, den Reiher zu werfen Bitch, keep up Keep up Ja, cool Immerhin einmal getroffen Jetzt hat sie's gelernt Nein Oh Give up Bitch, keep up Keep up Würdest du Nein Keep up Bro, 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 bro Gib doch nicht der Fotze Die trifft sowieso nicht Ach doch Gut, ich liebe sie Einfach so Sie trifft von sowieso nicht Der stampelt so viel dazu Komm, gepasst, 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 mein Junge Er, 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 er Ich glaub Ich kotze mir gleich die Windeln voll Bro Ne, guck dir das an Sie trifft nichts Sie ist so scheiße Was macht dieser Mensch überhaupt In Rookie Channel 2, Mann Ey, yo, 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 yo Guck dir das an Die rennt jetzt da nach drüben Und versucht ihn zu versenken Wenn sie nicht trifft Ich russlos Ich russlos Bro, gib ab Gib ab, gib ab Du bist Mann Komm, gib ab Gib ab Ich warte nur drauf Ich warte doch nur drauf Den Ball zu kriegen Weil, wisst ihr Ihr müsst einfach mir abgeben Und ich mach das Ding Nein Der war jetzt zu weit Weg Scheiße Kommt der an mir vorbei Shit Okay Wollen wir doch mal sehen Ha Warum hab ich das getan Das trifft sowieso nicht Ah, na gut Ich hätte 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 Oh Ne, das kann sie wieder Das kann Digga, du musst raus Du musst raus aus dem Feld Du Idiot Oh shit Er ist der Wurf Von da Von da Von vorne, ne Okay, okay Komm Ich schaff das nicht Nein Nein Wie das denn Ich war doch Komm Gib jetzt ab Meine Danke Das tut mir so leid Ich hasse diesen Moment, ne Wenn ich geblockt werde Und dann nicht mehr weiterrennen kann Wenn sie es nicht macht, ne Gut I'm rebounding And I'm shoot this motherfucker In the In the rim Nein Nein Oh shit Oh Oh What the Okay Thanks Bro Give up Give up Give up Come on Come on Come on Dog Warum gibst du ihr Warum gibst du ihr Warum machst du diesen Fehler Mädchen, gib ab Alter, ich wusste, dass sie nicht trifft Und jetzt gibt's Guck, das ist sozusagen wie ein Freipunkt für die, Mann Er trifft Garantiert Ah, yo Ich hab's gewusst Wie willst du in sieben Sekunden nochmal das erreichen Mann, Alter Ich hasse solche Menschen, ne Die können nicht abgeben Sie trifft nicht Anruhe Alter Ich krieg die Krise Ohne witzig Pass Mädchen Pass doch mal Oh mein Gott Hat die Fotze Glück Aber wir werden sowieso verlieren Also ich mein Wie willst du in viereinhalb Sekunden noch kurz einen Korb machen Außer es dealt ihn Oh shit Oh shit 22 zu 24 Genau wegen dieser Huchentochter Ohne witzig Diese Fotze Diese Fotze Ich will Ich hasse Okay Jungs, lernt eins Einfach mal abzugehen Oh, Mo's Will you able play? Guck das an Hey Das bin ich Ohne witzig Jungs, lernt das doch mal abzugeben Macht nicht hier auf Eigenbrötler oder sowas Oder hier irgendwie auf One Man Army Wenn ihr sowieso nix könnt, Alter Versucht die zu werfen Und sie trifft den Scheiß, Mann Ihre Kote, ne Zwei von hundert Schüssen trifft die, ey Das ist krass Okay, nach einer Runde wird immer halt Wie ihr dieses Ei vorhin gesehen habt Wird halt so Dinge gezählt Was ihr gut gemacht habt In dem Spiel Und dann kommen so vier Karten, ne Und dann kannst du dir einen aussuchen Und dann kommt vielleicht 300 Punkte Coupon Und, ähm Dann, äh Also ich join out of that team Das ist ja richtig krass, ne Und, ähm Ihr könnt dann Glück haben Und gewisse Dinge gewinnen Oder ihr könnt Pech haben Und einfach ne leere Karte erwischen Das kann natürlich auch sein Also ja Okay Kommt Jungs, Mann Das kommt Was Okay Jetzt Come on Come on Come on Come on Ja Ja, 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 ja Das ist gute Verbindung Man sieht schon unten Wie die Prozentzahl lädt So Ja Ich hab mir mal einen schwarzen Charakter ausgesucht Und wisst ihr wieso? Weil die schwarzen Basketball spielen können Das ist es, du Das ist es Okay Warum haben eigentlich immer die den Jumpballers? Versteh ich nicht Oh Pass, 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 mein Jum Pass Mach 3, ja Oh Oh, da ging fast rein Mädchen, gib pass Mädchen, gib pass Boom Warum ging das jetzt so in Zeitlupe? Yo Yo, wie sie schon gedacht Na, 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 na Na, 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 na Will ich ja Mach Mach 3, ja Mach 3, ja Just easy Ey, you do Nice Woo 4 Punkte in Führung Ey, das geht ab Okay, noch nicht Die Hoffnung Äh, zu krass Ja, guck Der zieht durch Der zieht durch No No Mach der Mach der Ich bin mal ein bisschen näher Halt die Schnauze Zurück, zurück Machst du es? Sie macht es My Girl Das My Girl Nice Pass Immer diese Zeitlupe Ding Das ist nicht normal Oh 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 Er macht 3, ja? Nein, macht er nicht zum Glück. Nice Rebound. Mädchen macht... Gibt es? Nein! Oh shit, der war richtig gut geblockt von diesem Typen. Nein, 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 das... Nein, diese Zeitlupen-Scheiße, was soll das? Wird das eingestellt? Mach was. Mach was draus. He won, die Nige. Macht er? Er macht es, my man. Puh, okay. 3 Punkte sind leicht aufzuholen. Wenn er jetzt einen 3er-Punkt-Wurf macht oder besenkt... Er macht es nicht, nicht. Nein, 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 nein. Und den dürfen wir nicht durchlassen. Der macht ihn nicht. Ja. Oh gut, 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 gut. Er macht 3er. Ihhh. Komm, pass. Nice, nice, nice. Ah, shit. Okay, immer noch 3 Punkte voraus. Sie macht es. Sie macht es. Nice. Ey, gut, Mann. Ey, es läuft gut. Ey, es läuft wirklich gut. Nein, 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 nein. Ach, scheiße. Alter, nur noch 2 Punkte vor... äh, Vorsprung. Komm, Mädchen, 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 gib ab. Bitte, bitte links. Bitte links. Bitte links. Macht er ja. Was macht der Typ? Gib ab. Bitte. Nein. Hast du, hast du. Nein, wieso nicht? Wie denn? Scheiße. Okay, aufholen. Aufholen. Mädchen, gib ab. Bitte, bitte, gib ab. Bitte. Gib mir den Ball. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Dass ich den Dank nicht reinmache. Das ist, das ist sowas von das Allerletzte. Ja, ja, schön, 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 schön. Nice. Aber wir müssen mehr als 2 Punkte Vorsprung erholen. Eigentlich mehr als 3, das ist safe. Machst du? Machst du? Er macht ihn. I love that man. Oh, shit, yo. Er macht den Dreiermann. Der Typ ist geil. Ich vergöttere den. Der ist, der... Nein. Nein, 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 nein. Hell nein. Yo. Vorher, vorgesehen. Vorher, vorgesehen. Komm, gib mir Bass. Gib mir Bass. Gib mir Bass. Mädchen, 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 Mädchen. Gib mir Bass. Wo ist der Ball? Oha. Ah, ah, psst, ah, 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 psst, 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 ah. Wir haben schön 5 Punkte Vorsprung. Das sollte mal reichen. Und der macht Dreier. Oh. Na, 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 na. Oh. Ich wollte gerade sagen, der hat freie Schussbahn. Ja. Okay. Nur noch 3 Punkte Vorsprung. Das können sie jetzt aufholen mit einem... Ey, yo, yo, yo. Gib Ball. Gib Ball. In den letzten 10 Sekunden. Gib mir Ball. Bitte. Bitte. Gib Ball. Mach einen Dreier. Mach einen Dreier. Mach. Erhöhst du mit der Schieb? Jo. Das war mal ein heftig krasser Gewinn, Digga. Dieses Spiel war... Oh my god. Oh my god. Oh my god. Uh. Uh. Dieses Spiel war so insane, ne. Insane. Krass. Hervorragend. Taktvolle Bewegung. Starke Mentalität erreicht, Max. Oh, yo. Könnte ich nicht lesen. Sieg. Good job. Oh shit. Digga. Das war ein richtig krasser Match. Komm schon noch schnell. Die haben Abmoderation. Und yo. Alter. Das war richtig nice. Oh shit. 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 Kann ich mich gar nicht erholen. Alter. Das war so geil. Du. Das ist immer... Weiß ich mal. Okay. Ich geh jetzt raus. Mach die Abmoderation. Ich hoffe euch hat es gefallen. Lasst ein Like da. Wenn ihr mehr von dem wollt, lasst dazu auch noch ein Like da. Also liked, falls ihr mehr von diesem Spiel wollt. Ihr könnt auch in den Kommentaren schreiben, dass ihr mehr davon wollt. Wenn nicht, könnt ihr es in den Kommentaren schreiben, dass ihr es nicht wollt. Sondern was anderes. Einfach hab ich im Moment halt nicht so Bock auf Minecraft. Deswegen spiele ich solche Spiele halt. Und ich mag halt Basketball. Und naja. Ich würde sagen, lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat. Falls ihr mehr wollt. Und einen Kommentar, falls ihr mehr wollt. Falls ihr doch nicht vom Basketball mehr wollt. Könnt ihr das in den Kommentaren schreiben. Mit irgendeinem Vorschlag, was ich anders spielen könnte. Als Minecraft. Oder dies hier. Oder würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao wieder. Meine lieben Jungs.